Das Bistum Hildesheim ist eine römisch-katholische Diözese in Norddeutschland. Sie gehörte von ihrer Gründung im Jahr 815 bis 1805 zur Kirchenprovinz Mainz und war danach exehmt. 1824 wurde das Bistum erheblich erweitert und kam 1930 zur damals geschaffenen Mitteldeutschen Kirchenprovinz. Seit 1995 ist das Bistum Hildesheim Teil der neu errichteten Norddeutschen Kirchenprovinz Hamburg. Geografie Das Gebiet des Bistums entspricht dem östlich der Weser gelegenen Anteil Niedersachsens und Teilen des Landes Bremen. Nämlich Bremen Nord, also die Anteile der Stadt Bremen nördlich der Lesum und Bremerhaven. Es ist eines der flächengrößten Bistümer Deutschlands, umfasst jedoch fast ausschließlich Regionen, in denen die Katholiken eine Minderheit bilden und damit in der Diaspora leben. Nur das im Süden des Bistums gelegene Dekanat unter Eisfeld sowie die Dörfer des Alten Stifts im Raum Hildesheim haben eine katholische Bevölkerungsmehrheit. Geschichte Im 18. Jahrhundert hielt sich das kleine Fürstbistum Hildesheim durch Personalunionen mit mächtigeren geistlichen Staaten Nordwestdeutschlands. Fürstbischof Clemens August aus dem Hause Wittelsbach regierte fast vier Jahrzehnte lang zugleich Köln, Münster, Paderborn, Osnabrück und Hildesheim. Nach Hannovers Annexion einiger ehemaliger geistlicher Fürstentümer begann das Königreich Hannover 1816 Verhandlungen mit dem Heiligen Stuhl um ein Konkordat, die aber 1821 endgültig gescheitert waren. Daraufhin strebte Hannover nach preußischem Beispiel nur noch eine Zirkumskriptionsbulle an. Gemäß Vertrag zwischen Hannover und Rom von 1824 erließ der Papst dann die entsprechende Bulle im Pinsar Romanorum Pontificum, die die Grenzen der hannoverschen Bistümer Hildesheim und Osnabrück neu zog, sodass alles Staatsterritorium zu einer der beiden Diözesen gehörte. Allerdings blieb der Stuhl in Osnabrück zunächst unbesetzt und wurde von Hildesheim durch einen Generalvikar und Weihbischof mitbetreut. Da Rom und Hannover über die Finanzierung dieses Bistums uneins geblieben waren und die Klärung auf später verschoben hatten, auch hatte Hannover durchgesetzt, dass beide Bistümer nicht so vergang eines ausländischen Metropoliten wurden, sondern Hildesheim exemplieb und Osnabrück es wurde. Hildesheims Diözesangebiet umfasst seitdem, mit wenigen Abweichungen, den östlich der Weser gelegenen Teil Hannovers bzw. des Landes Niedersachsen, damit auch das ehemals kurmainzische, katholisch gebliebene Untereisfeldmitte der Stadt und die bis dahin zur nordischen Mission gehörenden ehemaligen Diözesangebiete Bremens ohne die nordlbischen Hamburg, Holstein und Dithmarschen mindens östlich der Weser und Ferdens ohne die Altmark. Die Zahl der Diözesanen ist durch den Zuzug aus deutscher Vertriebener nach dem Zweiten Weltkrieg stark angewachsen. Diese stammten insbesondere aus Schlesien und dem ostpreußischen Ermland, aber auch aus der Tschechoslowakei. Für sie wurden in allen Teilen der Diözese neue Pfarrereien und Kirchen errichtet. Diese neuen Kirchen wurden häufig in der einfachen Bauweise der 1950er und 1960er Jahre erbaut, so dass man sie gegebenenfalls schnell wieder hätte abbrechen können, da man zunächst davon ausging, dass die Vertriebenen eines Tages in die ehemals deutschen Ostgebiete zurückkehren würden und dadurch die Gemeindemitgliederzahlen ebenso schnell wieder abfallen würden, wie sie nach dem Krieg angestiegen waren. Im Zuge der Einsparungen nach dem Rückgang der Kirchensteuereinnahmen zum Jahrtausendwechsel ist auch die Schließung vieler Kirchen vorgesehen. Bistumsweit stellen ehemalige Heimatvertriebene und deren Nachkommen, Zugezogene aus West- und Süddeutschland, Spätaussiedler aus Polen und der ehemaligen Sowjetunion sowie Zuwanderer aus Italien, Spanien, Portugal und Kroatien große und den Alltag prägende Gruppen in den Gemeinden. 1930 kam das Gebiet des Landkreises Grafschaft Schaumburg vom Bistum Fulda. 1965 Dekasekundengebiet des ehemaligen Landes Schaumburg-Lippe vom Bistum Osnabrück zum Bistum Hildesheim. Sie bildeten zusammen das Dekanat Bückeburg, das am 1. September 2012 mit dem Dekanat Hameln-Holzminden zum neuen Dekanat Weserbergland zusammengeschlossen wurde. Während der Existenz der DDR gehörten sechs Kirchen auf dem Staatsgebiet der DDR zum Bistum Hildesheim, waren jedoch apostolischen Administratoren in der DDR unterstellt. Die Kirche in Neuhaus dem Administrator in Schwerin, die Kirchen in Blankenburg, Elbe in Gerode, Hasselfelde und Hessen dem Administrator in Magdeburg und die Kirche in Niedersachswerfen dem Administrator von Erfurt und Meiningen. Die Kirche in Neuhaus gehört noch heute zum Bistum Hildesheim. Die anderen Kirchen gehören heute zu den seit dem 8. Juli 1994 bestehenden Bistümern Magdeburg und Erfurt. Seit der Gründung des Erzbistums Hamburg am 7. Januar 1995 gehört das Bistum Hildesheim zur Hamburger Kirchenprovinz. Die südlich der Elbe auf Hamburger Staatsgebiet gelegenen Pfarreien wurden an die benachbarte Erzdiözese abgetreten. Gegenwart Seit dem 13. November 1983 war Josef Hohemeyer Bischof von Hildesheim. Nachdem Papst Johannes Paul II. seinem Rücktrittsgesuch zum 75. Geburtstag stattgegeben hatte, übernahm im August 2004 der dienstälteste Weihbischof Hans Georg Keutz die Leitung der Diözese und wurde vom Domkapitel zum Diözesan-Administrator gewählt. Am 29. November 2005 wurde der damalige Kölner Weihbischof Norbert Trelle zum 70. Bischof von Hildesheim ernannt. Die feierliche Amtseinführung war am 11. Februar 2006 im Dom zu Hildesheim. Weihbischof Keutz wurde nach seinem 75. Geburtstag am 1. Mai 2010 emeritiert. Zu dessen Nachfolger ernannte Papst Benedikt XVI. am 4. Dezember 2010 den damaligen Leiter der Hauptabteilung Personal-Seelsorge im Bistum Hildesheim, Heinz-Günter Bongatz. Die Bischofsweihe von Heinz-Günter Bongatz war am 26. Februar 2011 in der Hildesheimer Basilika St. Godehardt. Das Amt des zweiten Weihbischofs hat seit 1995 Nikolaus Schwertfeger inne. Bis zu seiner Emeritierung lud Bischof Josef Hohmeier über 20 Jahre die Jugendlichen des Bistums zur Krisermesse ein. Diese Tradition ist in ihrer Form einzigartig. Bischof Norbert führt diese Tradition nach seiner Amtsübernahme fort. Gegenwärtig befindet sich das Bistum Hildesheim in einem Neuorientierungsprozess. Das gesamtdeutsche Phänomen der Glaubensverdunstung verschärft sich in der Diaspora-Situation. Lange Zeit wurden die Pfarreien von Vertriebenen aus katholischem Herkunftsmilieu, die meistens aus Schlesien, dem Ermland oder der Tschechoslowakei stammten, geprägt. Ihnen ist eine zweite und dritte Generation gefolgt, die das katholische Brauchtum der ehemaligen familiären Herkunftsgebiete nicht mehr kennengelernt hat. Auch im Eichsfeld und in den Stiftsdörfern lässt die dominierende Kraft des Festkalenders und der katholischen Verbände nach. In neuerer Zeit machen spätaussiedler aus Polen und der ehemaligen Sowjetunion sowie deren Angehörige einen großen Teil der Gemeinden aus. Hinzu kommen viele aus katholischen Regionen Deutschlands sowie aus Südeuropa zugewanderte Familien. In der Statistik der Gottesdienstbesucher bildet Hildesheim und hier wiederum mit 11% das Dekanatpferden unter den deutschen Diözesen das Schlusslicht. Ein gewichtiger Grund für den Rückgang der Kirchenmitglieder sind ein Ungleichgewicht zwischen Taufen und Beerdigungen zugunsten der Beerdigung. Bei einem weiter steigenden Altersdurchschnitt auf diese Entwicklung reagiert die Bistumsleitung mit Zusammenlegung von Pfarreien, Verringerung des Personals, mittelfristig auch mit Schließung von Kirchen. Gleichzeitig wird durch die Förderung kleiner geistlicher Gemeinschaften und der Subjektwerdung der Laien eine Erneuerung und Intensivierung des kirchlichen und spirituellen Lebens angestrebt. Wegen der Abnahme der Katholikenzahlen und des Priestermangels im Bistum Hildesheim sowie der zunehmend schlechter werdenden finanziellen Situation des Bistums wurde 2003 Dekasekundenkonzept Eckpunkte 2020 erarbeitet. Das neben direkten Einsparungen auch eine durch Zusammenlegung erreichte Verringerung der Anzahl der Gemeinden von damals 350 auf 124 im Jahr 2014 vorsieht. Mit der Umsetzung des Konzeptes wurde bereits 2004 mit der Zusammenlegung von 49 Pfarrgemeinden zu 19 größeren Gemeinden begonnen. Insgesamt sollen die Ausgaben des Bistums bis zum Jahr 2020 jährlich nur noch etwa zwei Drittel des Haushalts 2003 betragen. Seit 2006 wird wie bei anderen deutschen Bistümern und evangelischen Landeskirchen das Einkommen des Glaubens verschiedenen Ehepartners in die Berechnung der Kirchensteuer einbezogen. Dies hatte eine erhöhte Anzahl von Kirchenaustritten zur Folge. Ökonomische Zwänge durch Rückgang der Kirchensteuereinnahmen sowie Priestermangel und Rückgang der Zahl praktizierender Katholiken führen dazu, dass einerseits Gemeinden zu größeren Pfarreien zusammengeführt werden, andererseits aber auch Kirchen geschlossen werden. Die Gebäude werden als Wohnraum umgebaut, an andere Glaubensgemeinschaften abgetreten oder abgebrochen. Im Januar 2008 veröffentlichte das Bistum eine vorläufige Verwaltungsvorlage mit einer Kategorisierung der Kirchen des Bistums. 216 Kirchen stehen demnach derzeit nicht zur Disposition, bei anderen 56 Kirchen soll ihr pastoraler Bedarf mittelfristig erneut überprüft werden. Die übrigen 166 Kirchen bekommen keine Gelder mehr vom Bistum. Hiervon sollen wiederum 80 Kirchen ab 2009 geschlossen werden. Für die anderen 86 Kirchen müssten die Pfarrgemeinden alleine die finanziellen Mittel zu ihrer Erhaltung aufbringen. Solange sie dies bewältigen, bleibt die Kirche erhalten. Vom 23. bis 26. Februar 2015 fand aus Anlass des Bistumsjubiläums erstmals die Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz im Bistum Hildesheim statt. Themen waren die Bischofssynode im Oktober 2015, Migration, Kirchenasyl und Flüchtlingen sowie die Priesterausbildung. Ferner der über die Özesane Gesprächsprozess und die ökumenische Sozialinitiative. Weltkirchlich besonders bedeutend war der Austausch über die schwierige Situation in der Ukraine. Gäste waren neben dem apostolischen Nunzius in Deutschland Erzbischof Dr. Nikola Eterovic, Erzbischof Antonio Djevilana Letzmeesj und Bischof Crispin Baritvakes. Verwaltung Heute sind die kirchlich-seelsorgerischen Aufgaben des Bistums auf 17 regionale Dekanate aufgeteilt. Ihre Dekane sind dem Bischof verantwortlich. Der Generalvikar leitet alle anderen Verwaltungsaufgaben. Die Diözese Hildesheim bestand im 12. Jahrhundert aus rund 41 Urarchidiakonaten. Sie war also zersplittert im Vergleich zu Mainz, Köln, Trier, Worms oder Würzburg. Eine Zusammenlegung von Archidiakonaten bahnte sich an, da sie an jeweils an einen Domherren verliehen waren und ihre Zahl zeitweise größer war als die Zahl der Domherren am Kapitel des Domes. Als sich dann auch noch herausstellte, dass die Domherren der für das Amt erforderlichen Residenzpflicht nicht immer nachkamen, entschied man sich zur Zusammenlegung. Erstes belegtes Beispiel ist die Vereinigung von Hildesheim und Reden unter Reinhard von Dassel. In dem gesamten Bistum setzte sich diese Neuordnung allmählich durch. Zur Verwaltung wurden Beamte eingesetzt. Letztlich kristallisierten sich zwölf Archidiakonate heraus. Die in Archidiakonaten verfasste Organisationsstruktur brach Mitte des 16. Jahrhunderts faktisch zusammen. Hauptgründe waren die Hildesheimer Stiftsfede und die Reformation. Im Zuge der allgemeinen Säkularisation verfügte die preußische Regierung 1805 auch vormal die Einziehung der Archidiakonate. Wallfahrtsstädten Die Wallfahrtsstädten befinden sich allesamt im Süden des Bistums im Bereich der Städte Hildesheim und Göttingen. Germasshausen, Hörberg, Lammspringe, Ottbergen, Söder, Bauwerke, Zahlen zum Bistum Hildesheim. Stand 31. Dezember 2013 613.508 Katholiken Gliederung 17 Dekanate 120 Kirchengemeinden Personal 4 Bischöfe 262 Priester 1 Schell 29 Mithilfe in Pfarreien und Kategorialseelsorge 25 Mithilfe in Pfarreien und Kategorialseelsorge 15 andere Seelsorgsaufgaben 100 ständige Diakone 79 Gemeindereferentinnen und Referenten 70 Pastoralreferentinnen und Referenten Zahlen 12 Männerorden 10 Frauenorden Kloster Marienrode Ursulinenkloster Duderstadt Kongregation der barmherzigen Schwestern vom HL Vincenz von Paul in Hildesheim Augustiner Kloster Germasshausen Brüdergemeinschaft der Kanisianer Dominikaner Kloster Braunschweig Franziskaner Minoriten Nülzen Franziskaner Minoriten Ottbergen Sela Sankt Benedikt Hannover Zahlen 8 Krankenhäuser 146 Kindertagesstätten Kindergärten 12 berufsbildende Schulen 13 allgemeinbildende Schulen 3 Sonderschulen 8 Bildungseinrichtungen Institute 14 Kinderheime 11 Heime der Behindertenhilfe 21 Altenpflegeheime 92 Beratungsdienste 7 Heime der Jugendhilfe 8 Kur- und Erholungshäuser Dombibliothek Hildesheim Dommuseum Hildesheim Priesterseminar Hildesheim Akademie Sankt Jakobushaus Goslar Forschungsinstitut für Philosophie Hannover Katholisches Forum Niedersachsen Hannover Katholische Familienbildungsstätte Hannover Katholische Familienbildungsstätte Salzgitter Hospizverein im Bistum Hildesheim Caritens Malteser Hilfsdienst Krankenhäuser der Hildesheimer Vinzentinerinnen Im Bistum Hildesheim befinden sich eine Reihe von allgemeinbildenden katholischen Schulen in freier Trägerschaft. Sie werden vom Bistum und von der Stiftung Katholische Schule betrieben. In Hildesheim sind dies das Bischöfliche Gymnasium Josefinum, das Gymnasium Marienschule, die Haupt- und Realschule Albertus Magnus und die Oberschule St. Augustinus Schule. Dazu werden noch das Gymnasium St. Ursula Schule in Hannover, das Gymnasium Eichendorff Schule in Wolfsburg sowie Oberschulen in Göttingen, Wolfsburg und Hannover geführt. Die Ludwig-Windhorst-Schule in Hannover wurde 2014 in eine Oberschule mit gymnasialem Zweig umgewandelt. In Duderstadt gibt es eine integrierte Gesamtschule, in Bremerhaven gibt es aufbauend auf zwei Grundschulen eine Oberschule. Im Bistum gibt es außerdem 28 Grundschulen in kommunaler Trägerschaft, die für Schülerinnen und Schüler katholischen Bekenntnisses eingerichtet sind. Förderschulen und berufsbildende Schulen befinden sich in Trägerschaft des Caritasverbandes bzw. der Vinzentinerinnen. Missbrauchsskandal Im Zusammenhang mit dem Missbrauchsskandal am Canisius-Kolleg-Berlin geriet die Bistumsverwaltung massiv in Kritik. Einer der im Zentrum der Vorwürfe stehenden Pfarrer wechselte von Berlin nach Hildesheim und blieb dort bis zu seiner Pensionierung. Nach Angaben in der Presse hat das Bistum an der Aufklärung erneuter Vorwürfe gegen den Pfarrer nicht beigetragen, sondern ihn versetzt. Die Özesankalender Zusätzlich oder im Rang abweichend vom Regionalkalender für das deutsche Sprachgebiet werden im Bistum Hildesheim folgende Eigenfeiern begangen. 22. Januar Epiphanius von Pavia 5. Mai Godehard von Hildesheim 14. Mai Weiltag des Doms 10. Juli Oliver Plankett 20. Juli Bernhard von Hildesheim 16. August Altfried 8. November Willehard 11. November Martin von Thurs 20. November Bernhard von Hildesheim 25. November Nils Stensen Siehe auch Fürstbistum Hildesheim Liste der Bischöfe von Hildesheim Liste der Weihbischöfe in Hildesheim Kirchenzeitung Liste der Kirchen im Bistum Hildesheim Römisch-Katholische Kirche in Deutschland Liste der Kirchenzeitung Liste der Kirchenzeitung Liste der Kirchenzeitung Vielen Dank.